Hallo, mein Name ist Helmut Pape. Ich bin der Obmann der Generation Grundeinkommen. Das ist ein Verein, der sich der Förderung der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens verschrieben hat. Wir haben eine Roadshow gestartet. Wir sind jetzt 42 Tage lang zu dritt mit zwei Wohnmobilen und einem Lastenrad unterwegs, um die 34 größten Städte und Orte in Österreich anzufahren und die Botschaft, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht nur möglich, sondern auch sinnvoll ist, zu verbreiten. Wir bekommen dadurch eine Menge Sichtbarkeit. Unheimlich viele Leute können unseren Stand wahrnehmen und manche gehen auch direkt auf uns zu und fragen uns, wo kann man unterschreiben, weil wir gerade ein Volksbegehren promoten. Und offenbar scheint die Frage vielen Leuten unter den Nägeln zu brennen. Wir haben sehr gute Kontakte und das ist sozusagen das, was uns freut und mit Sinn erfüllt, diese Aufgabe auch zu stemmen. Dass uns Menschen ermutigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir haben unsere Roadshow in Wien gestartet und die ersten Stationen führten uns durch Niederösterreich. Natürlich mussten wir am Anfang erst lernen, wie wir unser ganzes Equipment bedienen. Manches hat auch leichte Defekte davon getragen, die wir aber mit Hilfe von Vereinsmitgliedern leicht reparieren konnten. Und jetzt führt uns unser Weg nach Westen bis nach Vorarlberg und wir freuen uns schon total auf das, was wir dort erleben werden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.